Spannende... ...ich... ...schon gut. hey scheint wohl ein schlechter moment zu sein also wenn du zeit für dich brauchst verstehe ich das keine eile aber genau wo ich dich vermutet habe was machst du hier du solltest nicht hier sein du hättest ihn hier herbringen sollen was machst du da entspannen habe ich keine eile gesagt ich meinte dass wir los müssen ja wir wollen nicht dass der eifahrt er hat recht du solltest los vater du das nicht es ist bereits getan jeder soll wissen der gott des donners ist meister in zwei dingen riesen töten und mitpissen und jedem der widerspricht zeige ich melde hier gesicht zuerst das ist das bist nicht du tor warte draußen bitte lass uns ich sagte ruhe ich höre das war keine das geht nicht ich das vermisst habe Ja, kann es noch. No, es fällt von mir. Es ist fast zu diesen Ort. Ich hole die Waffen! Ich hole die Waffen! Du könntest auch helfen, meinst du nicht? Das wäre doch für... Du denkst viel zu viel. Ist das dein Ernst? Komm her! Verdammt! Die Tür ist genau da! 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 Wieso bist du nicht bewusstlos? Die Tür ist genau da! 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 Jetzt schieß! Wird das Oli nicht wütend machen? Die Ain-Helya sind tot! Die Tür ist genau da! Sie werden nicht noch mal! Oh! Oh, come on! Was, wenn du wieder anfängst? Sofort! Stell den einfach… Nimm seine Arme, bringen wir ihn weg. Guter Kamm. Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Nein, nein! Ist schon gut. Wirklich. Hey, ich bin stark, aber du musst mir hier mal helfen. Komm schon, es ist nicht weit. Ich bin stark, ich bin stark, ich bin stark, ich bin stark. Thor? Steh auf. Hm. Ah. Thrauri. Du gehst jetzt nach Nivelheim mit Loki. Befehl vom Allvater. Steh schon auf. Ich weiß, du bist enttäuscht. Enttäuscht? Nein, 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 nein. Das war ein glorreicher Kampf. Du kannst dich nicht mal mehr entschuldigen, oder? Was bedeutet schon ein Versprechen? Großvater hat sich wie Dreck behandelt. Dir ging es mies. Das versteh ich. Aber du kannst nicht... Wir sind für dich da. Wir sind für dich da. Mutter und ich... ...sind für dich da. Selbst wenn du hier bist. Wir lieben dich. Das weißt du. Ich dachte echt, wir hätten das überstanden. Wir haben Mist gebaut. Ja. Sehr großen Mist. Soll ich dir etwas Wasser bringen? Mir geht's gut. Hurken! Bring dir's, Herr Dons. Gehst du schnell zurück nach Asgard? Bring uns einfach zu diesem Maskenteil. Zeuker! Das ist nicht der richtige Weg. Das ist keine Schatzsuche. Das ist keine Schatzsuche. Das ist keine Schatzsuche. Du bist schnell gekommen bist, dann ja. Der Nebel bei Ibaldis Werkstatt ist richtiges Gift. Was ist das? Wow, Ingrid, ich wünschte, du könntest das riechen. Was ist das wert? Ich weiß nicht, wovon du redest. Gut, aber ich hoffe, du weißt, was das mit dir angerichtet hat. Ich war betrunken. Nicht gut. Bleib doch einfach liegen. Wo lang jetzt? Geh! 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 Thrut blickt zu dir auf. Ich hoffe, du weißt das. Von dir brauche ich keine Kindererziehung. Finde einfach das Ding. Sieht aus, als müssten wir durch diese Wand, willst du? Ich muss erst noch was erledigen. Lass dir Zeit. Jetzt können wir gehen. Loki, du versuchst immer wieder. Ich weiß nicht mal mehr, was du versuchst. Aber du hast keine Ahnung von der Scheiße, die ich durchgemacht habe. Ja, als Halbriese und Sohn eines Gottes mit unmöglich hohen Erwartungen. Woher sollte ich das wissen? Ich bin der Mann. Ich bin deiner Mann. Ich bin der Mann. Du hast ihn verwendet. Der Mann. Der Mann. Ah! 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 Blake! Ah! 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 Weiter geht's! Du... Ich will hier gar nichts versuchen. Ich sage nur, dass wir nicht so verschieden sind. Ich hab keine Lust über unsere Blutsbande zu schwafeln. Ah! 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 Na gut, nur eine Sache noch. Wenn du nicht du selbst sein kannst, glaubst du vielleicht auch, nicht deinen eigenen Weg gehen zu können? Kommt dir das denn gar nicht bekannt vor? Oh, okay. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Eika! Sieht noch einer Sackgasse aus. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Dann haben wir eben ähnliche Erfahrungen gemacht. Was heißt das schon? Es ist dumm, sich über Dinge zu beschweren, die wir nicht ändern können. Wer sagt, wir können nicht? Was? Quatsch! Ich brauche eine Herausforderung, die Liebe. Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's. Wir sind weit weg von Ivaldis Werkstatt, oder? Weit genug. Verdammt, vergess noch! Und wieder das Gemaule. Ein Problem zu benennen ist nicht Maulen. Es ist gesund. Werte, du bist froh, dass ich dieses Mal so viel helfe. Holger! Gern geschehen. Sag, das Schwert leiste da drüben gute Arbeit. Dein Glück, dass ich aufwende. Sag, das Schwert leiste. Sag, das Schwert leiste. Sag, das Schwert leiste. Sag, das Schwert leiste. Ich liebe Heerläufer. Du sprengst sie auseinander und Puff. Das Problem ist kein Nachdenken, keine Gefühle. Das Problem ist kein Nachdenken, keine Gefühle. Da durch, vor uns. Das wird lustig. Ich glaube nicht, dass wir dorthin gehen sollen. Na und? Ich sag, das wird lustig. Das war's. 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 Okay... Das war's für heute. 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 Hier hoch. Das scheint ein Weg zu sein. Das war's für heute. Und? Das war's für heute. Das war's für heute. Und? 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 Tor, äh, ich hoffe, es läuft alles gut, wenn du Sif und Thrut wieder siehst. Tja, hoffen ist besser als glauben. Ist ein Anfang. Frank! Frank! Was ist das? Ah! 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. 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 Oh.